so leute jetzt was neues auf meinem youtube kanal bei diesem kanal machen wir challenge und trinken booster bis zum ende ja wir haben die gerade aufgemacht erst zu viel oder so getrunken ist uns halt erst danach die idee eingefallen leider deswegen aber ist noch fast voll also können wir noch versuchen diese challenge ist erstmal bei meinem youtube kanal zu sehen dann ich weiß ist ein bisschen kindischer challenge aber für den anfang könnte machen und zwar unterhaltung wir machen ein timer auf dein handy auf dann und wir gucken wer bis zum ende trinkt der das nicht schafft ja mal schauen wer früher auf gibt da der hat verloren ohne pause die beschaffung ist dann muss man sich so jetzt haben wir kamera position eingenommen soweit meine kamera ist so scheiß so leute der challenge sag mal startet jetzt und ja siehst du bisschen hier kann ich erstmal rübsen ne ne leute wo wir gerade schön jetzt sind jetzt gebäude parkhaus halt so ein bisschen nach unten hier ja so rohlung guck mal jetzt ist perfekt hier und wir chillen gerade ja hier halt so verlassenes parkhaus ja guck mal wie ist hier aussichtiger das wollte ich nicht sehen aber warte guck mal so also ja scheiß drauf kann man jetzt sehen äh so wie starten jetzt ich sag mal jetzt ich bin schon sache ne eins zwei drei aber bis los na los go ich brauchte zehn sekunden ich hab zehn sekunden lang aus ich brauchte zehn sekunden bis ich es ausgehalten habe du brauchst es auf jeden fall schon mal länger 20 25 jahre weil so oft wie ich das trinkte gar ich bin schon ein profi nennen die trinken gar nichts hier ich trinke sehr selten ich bin sportlicher mensch hier ich mache sport okay egal jetzt pass halt wieder was rein jetzt bekomme ich die beschwerfung ich denke mir eine aus und dann sehen wir uns gleich bis gleich so leute wir haben jetzt eine strafe für den netten ja hier trinkt noch schön aus ich dachte mir jetzt irgendeine billige aufgabe keine ahnung du darfst jetzt von da unten irgendeine corona maske suchen und einmal richtig tief durchatmen durch irgendeine fremde maske die hier halte da schon fünf jahre lang irgendwo rum die gehörst du keine ahnung auf jeden fall leute ich muss fremde maske anziehen aber nach oben von einem anderen mensch der keine ahnung vielleicht reingepisst hat oder so also diese beschaffung ist schon was schweres weil das eklig und wir mussten jetzt auf jeden fall maske jetzt erstmal hier suchen in einem verlassenen parkhaus und wenn wir gefunden haben starten wir das video nochmal ja und dann darfst du erstmal richtig fett kotzen ja dann kotze ich bestimmt freut mich voll witzig aber ach so warte ja trink mal hier nochmal kurzen ausdrehen und da einmal weg wegwerfen oh die steht was für steht digga warte habt ihr nicht gesehen oh scheiße äh leute wieso wir auf so eine idee gekommen sind so ein video zu drehen wir wollten nicht immer blogs drehen wir wollten was neues auf unserem kanal erschaffen erschaffen das aber nicht noch mehr challenge kommt bald glaube ich zum beispiel chili essen aber bestimmste chili essen ja wir können auch mal machen wenn du willst aber dann gewinne ich bestimmt ich bin stolzer duke diggi ich esse voll scharf ich fühlte mich mal nicht voll jetzt ja typen auch na sag mal spinnste ok leute es dauern wir die ganze Zeit dann anfangen wir sehen uns dann und haut rein wir sehen uns gleich und oku so leute wir suchen jetzt eine maske die wir suchen ähm ja grad sind hier keine masken in sichten na 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 keine maske nein wir suchen die weiter wir suchen die weiter das ist ein verlassene parkhaus von thiemanns also die thiemanns firma ist auch verlassen und die parkhaus auch vielleicht filmen wir irgendwann mal die thiemanns firma auch mal schauen äh so sieht das ganze hier aus und ja wir gucken jetzt weiter nach der maske ja ich habe eins gefunden ja Leute ich habe eins gefunden hier der ist so eklig 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 das ist so eklig ja wieso muss ich das machen wieso muss ich das machen wo lief ich das ah wo ja hier ach da haben wir einen der hat der hat die weg sogar offen da rum ja dann muss ich das machen ja dann gönnt ihr mal eh ja ok Leute dann das wird eklig das wird eklig das wird eklig aber ja für mich wird es halt richtig geil ja kann machen nein ja ok doch aber ja dann hau mal rein ne ja so Leute ich zieh jetzt die Maske an dann machen wir das die 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 der ist gut drauf da ist gut drauf baaaa der ist gut drauf Bruder wie eklig na dann gönn dir mal eh oh der ist ein bisschen unscharf geworden so jetzt ist scharf also dann hau mal rein ne Runde na dann da rein na dann im Atmen halt laut aber oder ok kannst du weg tun das war ein Zug und wie war es das war voll eklig der arme junge wohnschaft der wird also jetzt kann es wieder geben okay das war es mit der challenge mit der beschaffung er gesagt das war so eklig das war sehr eklig leute liegt immer noch da direkt einmal immer noch hier so eklig der gar das war mit der beschaffung dann wir sehen uns dann bei einem neuen challenge video oder bei einem neuen blog weiß noch nicht was ich noch machen würde und ja bis nächsten video sage ich danke bis hier bis zum ende angeschaut habt haut rein